Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, wir sind hier wieder online bei Mineplex unterwegs und heute wird es mir eine Erzählrunde, sage ich mal. Denn ich möchte heute in diesem Video ein paar neue Themen ansprechen zum Kanal, was so abgeht, ein paar Fragen, die jetzt auch schon langsam zustande kamen. Habe ich ja lange Zeit nicht mehr gemeldet bei euch, sage ich mal in so einer Form hier von Mineplex und Let's Play oder was das ist. Nein, ist nicht richtig jetzt ein Let's Play, wir werden jetzt irgendwas spielen. Ich suche mir gleich noch was aus, aber darum geht es heute nicht so ganz. Aber bevor ich zu den Themen komme, möchte ich noch kurz was zu Mineplex an sich sagen. Ich habe auch jetzt eine Auszeit gehabt von Mineplex, weil ja nicht so gerade viel Neues war nach Halloween. Und ja, ist ein bisschen was dazugekommen, was ich einfach mal kurz jetzt noch vorm Video erwähnen möchte. Zum einen gab es zu Halloween noch, das habe ich erst im Nachhinein noch entdeckt. Da gab es ja diese Aufgabe, finde 200 leuchtende Kürbisse. Ich habe das ja irgendwie geschafft. Wer es auch geschafft haben sollte, müsste mal nachgucken. Er hat dann ein Haustier bekommen und zwar ist das dieses Tier, einfach so ein Kürbis, wo da Feuer rumwackelt. Ist an sich ein unsichtbarer Zombie, der einen Kürbis auf dem Kopf hat. Ja, das gab es ja geschenkt. So, anders haben sie auch noch gemacht. Die Lobby bearbeitet. Jetzt neue Spiele sind jetzt nicht dabei. Neue Kids auch nicht. Neue Maps jetzt auch nicht unbedingt. Jetzt gab es hier noch den Shop, den haben sie uns mehr aufs Auge gedrückt. Der war ja früher, sag ich mal, nur, ja, an sich konntest du den aufrufen oder war halt jetzt immer, ja, im Schloss, ne, konnte man unten die Reingässe kaufen. Jetzt kannst du das Ganze auch hier vorne machen, bevor du ein Spiel suchst. Also, die drücken dir das einfach mehr auf dem Auge. Man muss es nicht unbedingt kaufen, aber sie möchten es wohl. Sonst würden sie sich nicht hinhauen. So, anders noch, die Köpfe dieser Figuren, wo du zum Spiel kommst, die folgen dir. Jetzt finde ich eigentlich auch eine coole Animation. Das ist jetzt hier bei jedem Skin so. Also, ich weiß nicht, ist ein bisschen unnötig. Also, ich brauche es jetzt nicht unbedingt, dass der mich anguckt, aber, na gut, ist jetzt mit drin. Andersseits haben sie uns auch noch ein weiteres Item gegeben. Open Crater, das haben sie jetzt geändert. Früher war ja, wenn du an die Kisten da gegangen bist, dann sag ich mal, sind sie aufgegangen. Dann war ringsrum halt, ja, sind die Kisten gespawnt, kannst eine aussuchen, kannst kaufen. So, das ist jetzt dieses gleiche Prinzip. Das heißt, einfach mal, wenn ich jetzt hier aufmache, dann kann ich jetzt hier schon einfach mal eine aussuchen oder ich gehe dann einfach mal hier ran und kann auch eine aussuchen, kann dann auch hier natürlich kaufen. Nachteil ist, hier wird es mir nicht richtig angezeigt, wie viel das kostet. Na gut, aber ich habe jetzt auch ein paar Kisten noch. Also, wir probieren es einfach mal aus. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Also, da ist es hier wieder live. Klingen wir mal rauf, was passiert. Okay, wir können eine aufmachen, wir können eine kaufen, wir können eine im Store kaufen. Wir haben ja eine. Machen wir mal, was passiert denn hier? Der Typ fliegt weg und... Ah, die spawnen. Okay. Also, eigentlich doch noch wie beim alten, nur halt ein anderes Prinzip, wie man sich die Kisten aufmacht. Ich weiß nicht, ich fand das alte System irgendwie besser, aber wir gucken einfach mal, was drin ist. Schwarms. Wie können wir die denn hier aufmachen? Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Naja. Ach, kann ich alle aufmachen oder was ist hier? Na gut. Okay, ein bisschen was gekriegt, das ist aber auch nebensächlich. So, ansonsten haben wir hier nicht unbedingt viel Neues dazu bekommen. Jetzt auch Items, was man für seinen Skin kriegt, kriegt man jetzt nicht unbedingt noch mehr dazu. Und dann würde ich sagen, ja, legen wir einfach mal los. Ich zoome ein Spiel aus und dann sehen wir uns in der Lobby weiter und dann reden wir da ein bisschen weiter. So, wir spielen ein paar Runden Blockhunt hier nebenbei. Das Spiel wird bestimmt nicht so gut werden, weil ich ja einfach ein paar Themen besprechen möchte, aber darum geht es ja auch heute nicht um das Spiel, sondern einfach nur um ein paar Themen. Und zwar geht es gleich hier knüppelhart los und zwar wurde oft jetzt gefragt, wann kommt mal wieder was von den Simpsons. Denn ich hatte ja sonst früher, wer es weiß, ja eigentlich täglich was von den Simpsons hochgeladen. Jetzt man hat dann so immer in der Woche was hochgeladen und das wurde jetzt immer weniger. Jetzt sage ich mal, ich hatte nie geplant, dass es so wenig wird. Und besonders jetzt auch, ich bin jetzt gewechselt hier zu neuen Versionen, man sieht es ja. Und da wollte ich eigentlich auf zwei dafür. Ich habe ja Welt übertragen und alles und wollte jetzt hier auch weiterbauen. Nachteil ist jetzt einfach jetzt hier auf dieser Version, es ist noch ziemlich verbuggt. Und einer mit der größten Bugs ist einfach, man kann die Speicherstände wieder verlieren von seinen Welten. Das heißt, sie sind dann einfach wieder auf den Stand, wie man sie rübergeladen hat. Und diesen Bug, den hatte ich zum Glück nur zweimal erstmal. Und ja, das erste Mal war einfach, als ich das Spiel mir auch geholt hatte, gleich nach dem ersten Tag oder so, hatte ich den Bug erwischt. Und ja, das war halt noch nicht so auffällig, weil ich sage mal, Microsoft empfiehlt dir, das ist wirklich von Microsoft empfohlen, wenn man den Bug hat. Ganz einfach mal gesagt. Okay, ich habe ihn. Man muss seine Konsole zurücksetzen, weil Minecraft kannst du in dem Sinne denn nicht mehr starten. Du kannst zwar, sage ich mal, das auf CD noch starten, was ich habe, aber die neue Version ist dann eigentlich gar nicht mehr startbar. Da steht dann immer zu, das Spiel kann nicht gestartet werden, bla bla bla, irgendwelche Probleme. Und das hat man immer wieder. Und in den Microsoft-Fone steht einfach nur, man muss seine Konsole komplett einmal zurücksetzen. Aber ja, einfach machen, dass die Spiele halt gespeichert bleiben und alles. Da fand ich dann auch erstmal, ja, das hört sich ja gut an, das geht ja noch. Und dann ging das eigentlich auch fix nicht mehr als fünf Minuten, dann ist auch wieder alles hergestellt. Problem bei der Sache ist einfach, wenn man das einmal macht, und diesen Bug hatte, dann sind halt natürlich die Speicherstände auf der neuen Minecraft-Version dann wieder zurückgesetzt, wie auf der alten Edition von der One halt. Und auf der One-Edition bleiben halt die Speicherstände erhalten, was dann halt irgendwie auch ein bisschen komisch ist. Aber naja, ich habe ja eigentlich gedacht, dass halt auch auf der neuen Edition halt die Speicherstände erhalten bleiben. Ist leider nicht so. Gut. Beim ersten Mal, da habe ich ja noch nichts gebaut, dass mir das ja auch nicht so aufgefallen hat. Da habe ich es nicht so richtig gescheckt, dass es nicht ist. Da wusste ich es eigentlich auch gar nicht so richtig. So. Beim zweiten Mal, da hatte ich dann auch was gebaut bei den Simpsons und auch auf anderen Welten habe ich etwas schon gebaut. Und dann hatte ich den Bug noch einmal. Nachdem ich dann das Studio hochgeladen hatte, einen Tag später, habe ich dann auch einen Bug drin gehabt. Dann habe ich da auch wieder gedacht, ah, okay, dann machst du es schon wieder so, wie sie halt im Free, ne, im Internet. Und ja, nochmal gemacht. Dann habe ich ein paar Tage auch nicht gebaut. Da habe ich dann auch einfach Freestyle irgendwas anderes gemacht. Dachte mir, ach, da hast du jetzt auch nicht so Lust auf Minecraft, spielst du was anderes. Und dann, als ich mir wieder sagte, ey, jetzt wird mal wieder Zeit, jetzt baue ich mal was und ging auf die Welt rauf. Da ist mir aufgefallen, hier stimmt was nicht. Alles wieder so standardmäßig, wie halt auf der One Edition. Das kann ja nicht sein. Du hast ja hier schon ein bisschen rumgedüdelt. Und dann war alles weg. Und dann dachte ich mir, na toll. Ja. Ja, und dann denke ich mir natürlich, wenn ich jetzt nochmal was baue und sollte denn mehr als nur ein Gebäude sein, das habe ich jetzt auch wieder, sag ich mal, wieder hergestellt, das letzte, was wir gemacht haben. Das war ja die Malaria-Zone. Die habe ich wieder das zweite Mal da hingebaut, nochmal eingerichtet alles. Und den Pier musste ich, na gut, den habe ich jetzt nicht nachgezogen. Der wurde auch dann zurückgesetzt und alles. Wer die letzte Folge der Simpsons geguckt hat, der weiß ja, was ich da, glaube ich, ein bisschen gemacht habe. Das war halt alles weg und ich musste es halt nochmal bauen. So, und dann gehen wir natürlich durch den Kopf, was ist, wenn der Bug nochmal auftritt und ich habe dann dann, sag ich mal, fünf, sechs, sieben, acht, neun weitere Gebäude hingebaut oder zehn und dann müsste ich die ja alle nochmal bauen. Weil bei der Simpsons-Welt ist ja so, ich möchte ja eine Welt erarbeiten und es wäre halt blöd, wenn das alles zurückgeht und die Gebäude sind halt weg. So, und von daher werde ich da erstmal nicht weiterbauen, bis sie diesen Bug erstmal richtig gefixt haben. Das heißt, ein paar Updates rein auskauen haben und dann werde ich den Bug auch richtig, richtig austesten. Das heißt, dass, ob wenn das Spiel sich festfährt und das nicht mehr startbar ist, werde ich die Konsole dann auch... Na, ich weiß nicht, ob... Eigentlich dürfte das nicht passieren, denn. Das dürfte dann nicht mehr passieren und das werde ich dann mal ausprobieren. Zwar jetzt noch nicht, weil hier noch nicht so richtig große Updates gekommen sind. Die kommen ja erst noch. Ich sag mal, Mojang hat ja auch schon was angekündigt, dass es Ende des Jahres noch kommt. Da sollen ja neue Mobs und so alles dazukommen. Wer Mojang guckt, ne, die haben ja ein bisschen was schon dazu gesagt. Ja, und da hoffe ich dann einfach, dass da das richtige Update mit bei ist, dass sie diesen Bug einfach entfernen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, Hotdog, wie ist denn der Bug? Wie kriege ich den? Kann ich den vermeiden irgendwie? Und zwar ganz einfach gesagt, ihr dürft in Minecraft den Chat nicht mehr nutzen. Diesen Chat, den dürft ihr gar nicht mehr so richtig nutzen, weil ich hatte den Bug extra nur durch einen Chat bekommen, weil ich ihn halt benutzt habe. Ich habe damit geschrieben, habe mit Leuten geschrieben, bin in den Lobbys hinterher gejoint und auf einmal hatte ich den Bug und das Spiel hat sich festgefahren. Das erste Mal, da habe ich es nicht richtig gescheckt, da war ich noch ein bisschen so, dachte mir, hä, wie ist das passiert? Und mein zweites Mal ist mir das dann aufgefallen, als ich den nochmal probierte, habe ich mit Leuten zusammengespielt. Die haben gesagt, join mal in meine Lobby rein. Ich, natürlich wie ich bin, halt reingeschrieben, slash irgendwas Lobby und dann zack, festgefahren und schon hatte ich einen Bug. Toll. Ja, so kriegt man den ganz einfach. Oder auch, wenn man, sag ich mal, baut auf seinen Welten Blöcke aus dem Inventar, wirft, wenn Freunde raufjoin, wenn Freunde auch wieder auf die Welt verlassen, wenn die Leute irgendwas bauen, irgendwas aus dem Inventar schnell werfen, kann alles sich das Spiel festfahren und der, sag ich mal, die Welt gehört oder auch den, der das macht, da fährt sich dann das Spiel fest und kann auch dieser Bug halt natürlich auftreten. Finde ich natürlich sehr doof und von daher denke ich mir einfach mal, ich stelle das Ganze ein mit den Simpsons erstmal, bis es halt gebackt ist, also der Bug halt weg ist. Danach wird dann auch wieder weitergebaut, kann sein, dass es erst in neun Jahren losgeht, ist halt leider so. In der Zeit kommen trotzdem noch Baufolgen. Hast ja gesehen, da ist mal so ein Haus oder so und da kommt dann auch mal wieder was. Wenn ich sage mal, bei sowas, das baue ich und möchte das gerne auch gerne so als Video euch mit meinen Ideen halt zeigen, was man so bauen könnte in Minecraft und da jammer ich auch nicht hinterher, wenn das weg sein sollte. Da bin ich wirklich so, das ist mir dann egal, ob das dann weg sein sollte. Weil das habe ich dann nur wegen meiner Idee gemacht und wenn das weg ist, dann jammer ich nicht hinterher. Es sei, es ist natürlich anders, wenn man sich eine Welt erarbeitet. So, ansonsten mache ich auch noch andere Sachen jetzt in der Zwischenzeit, wo man sich jetzt natürlich nicht so ganz auf die Simpsons konzentriert, kann man natürlich auch andere Sachen jetzt wieder in den Vordergrund stellen und zwar habe ich jetzt auch in Zukunft vor, jetzt erstmal noch dieses Jahr noch ein bisschen zu erarbeiten, mir was fürs nächste Jahr. Das ist ein schönes, großes Projekt, was ich mir jetzt aufstelle. Das werde ich auch nicht mehr alleine arbeiten, sonst habe ich ja meistens immer die Kulissen für die ganzen Filmprojekte oder sonstige Sachen immer meistens alleine auf die Beine gestellt. Jetzt denke ich mir so, ah, musst du auch nicht unbedingt. Du kennst Leute, die auch gut bauen können, die fragst immer, ob sie dir helfen wollen, weil so ein schön großes Projekt da zur Seite stehen. Ich habe auch zwei gefunden, die werden mir dabei helfen. Wie und was und wer da mitwirkt und wie das Projekt aussieht, das erfährt ja alles erst leider im nächsten Jahr, Anfang nächstes Jahres. Da kommt dann auch ein Trailer oder ein Teaser. Das wird jetzt kein Film, den wir produzieren, das wird mehr eine Serie. Es ist wie eine Comedy-Serie, die wir so in Minecraft halt, ja, anzuarbeiten wollen. Das ist dann wirklich so, wie als wenn ihr, was nehme ich jetzt einfach mal, The Big Bang nehme ich auch gerne immer jetzt einfach mal als Beispiel. The Big Bang kennt ja vielleicht jeder. Und in so einer Art Minecraft-Style wollen wir dann auch hier erschaffen. Ist jetzt nicht so wie Big Bang oder so, das ist halt ein komplett anderer Stil. Und das möchte ich einfach mal machen, weil ich möchte auch gerne mal so in diese Branche mal einsteigen, sage ich mal. So eigene, irgendwas so eigenes, richtiges Produzieren so. Das finde ich auch manchmal echt toll, weil ich habe auch ein bisschen reingeschnuppert mit so Minecraft-Filmen. Filme habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht, aber so Intros oder sonst gesagt. Das fände ich auch immer super. Und da möchte ich mich ein bisschen mehr reinsteigern im neuen Jahr. Und auch dieses Jahr fange ich schon an, die Kulissen mit Leuten zu bauen. Und lasst euch überraschen, da kommt noch was. Andernfalls sitze ich jetzt auch schon dran. So nebenher immer so, weiß ich, einmal in der Woche, habe ich mir gesagt, arbeite ich jetzt immer ein bisschen dran. Und zwar ans Weihnachts-Special sitze ich jetzt schon dran. Ich weiß jetzt ein bisschen früh jetzt schon davon zu reden, aber ich erarbeite jetzt schon das Weihnachts-Special, kann man sagen. Da mache ich auch eine neue Art von Video-Art, die ich bis jetzt noch nie gemacht hatte. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Wie es am 24.12. denn fertig ist. Und ja, kann man auch nur überrascht sein dann oder gespannt sein, was da denn alles so kommt. Ja, und das waren eigentlich schon fast alle Themen, die ich gerne ansprechen wollte. Ja, du weißt jetzt Bescheid, was mit der Simpsons-Welt ist. Also es ist halt wirklich, es wird nicht eingestellt. Es ist einfach jetzt, naja gut, es wird jetzt eingestellt, aber halt im neuen Jahr hoffe ich mal, dass ich da wieder weiterbauen kann, weil ich sage mal, ich bin hier wirklich ein großer Simpsons-Fan. Und es nervt mich auch schon, dass halt dieser Bug existiert hier im Spiel. Naja. Jedenfalls, ich werde das Ganze auch wieder austesten, wenn halt ja, die nächsten Updates gekommen sind, hier in Minecraft. Dann gucke ich mal, testet er richtig aus. Und dann jammer ich auch nicht hinterher, wenn der Bug noch hinterhalten sollte, weil dann ist ja nichts gebaut, wo ich jetzt hinterher jammer. Ja. Natürlich könnte ich ja auch zur alten Version zurückgehen, aber ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier auf diese Version irgendwie festgetackert. Also ich sage mal, wenn du etwas Gutes schon ausprobiert hast und möchtest dann wieder zurückgehen, das wäre ja so, als wenn ich jetzt auf einem schönen Plasma-Fernseher zocke, was ich ja tue. Und dann sage ich einfach mal, Mensch, ja, wenn ich auf den zocken kann, kann ich auch auf meinen Röhren-Ferser ja auch wieder gucken, ne? Hm, das möchte man natürlich nicht. Und von daher sage ich einfach mal, bleibe ich einfach hier bei der Version und warte einfach mal ab, bis dieses Patchen. Denn nur allein jetzt, um Videos zu produzieren, gehe ich nicht unbedingt zurück zur alten Version, weil sowas bin ich nicht. Ich sage mal, YouTube ist ja immer noch ein Hobby von mir. und, ah, weiß ich nicht. Wenn es mir nicht gefällt, mehr auf der alten Version zu bauen, denn, weil ich jetzt hier gesehen habe, hier ist das Bauen viel entspannter, viel flüssiger, viel, ja, weiß ich nicht. Eigentlich angenehmer zu bauen und von daher bleibe ich einfach hier. Ja, ist leider so, muss man einfach mal mit hinnehmen. So, und wo war der Ofen hier? Der war hier gerade oben. Mensch, hätte nicht gedacht, dass ich auch hier mal ein paar Leute töten kann in diesem Spiel, wenn ich mal einfach so labere. Naja, gut, so. Ich sehe den Ofen nicht, keine Ahnung, wo der ist. Er hat gewonnen. Okay. Ist er jetzt nicht der hier, oder? Nee. Okay. So, und dann sind wir jetzt auch schon hier am Ende des Videos angelangt, wieder hier in der Hauptsitzung von Mindplex. Ja, das waren eigentlich alle Infos, die ich euch geben wollte, die mir so ein bisschen, ja, die ich eigentlich loswerden wollte. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ja, wenn Fragen noch sein sollten, die noch auftauchen sollten, werde ich sie in den Kommentaren beantworten. Wenn ich jetzt etwas vergessen habe zu erwähnen, denn einfach ab in die Kommentare und ja. Ach wohl, es wollten noch welche gegrüßt werden. Ich vergesse das immer wieder, die Leute reinzupacken. Tut mir leid, wenn ich euch so lange hinhalte. Ihr wolltet unbedingt mal ins Video rein. Ich haue euch einfach jetzt hier einfach mal rein. Schön, dass ihr auch wieder, wenn ihr bis hierher noch gucken solltet, eingeschaltet habt. Ja, so, das war es dann auch hier wieder dieses Video. Wie gesagt, Fragen werden noch beantwortet, über alles seid ihr informiert. Und dann war es das Ganze hier. Mir ist so, als ob ich irgend noch was vergessen habe zu sagen. Aber ich komme jetzt einfach nicht drauf. Ah, es ist halt immer so, ne? Du nimmst auf und am Ende fällt dir einfach nicht mal ein, was du sagen wolltest. Hm. Naja, gut. So, ich bin fertig mit heute. Ähm, Info noch für euch. Die Woche kommt erstmal nichts mehr. Ich mache noch andere Sachen oder ich erarbeite. Noch andere Sachen, kann man sagen. Und nächste Woche kommt wieder ein Bautotorial, kann ich mal sagen, von einer Cartoon-Serie. Welche das ist, ja, wüsst du nie erraten. Von daher schalt einfach wieder ein. Und dann bin ich hier mit heute wieder fertig. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann sage euch nur eins und haut rein. Und tschüss.